Hör nicht auf, wenn es weh tut. Hör auf, wenn du fertig bist. Als Landschaftsgärtner arbeiten wir viel draussen an der frischen Luft. Der Beruf ist vollseitig und mega abwechslungsreich. Das gefällt mir sehr. Mein Arbeitgeber, Thomas Brechbühl, ist ein super Chef. Er unterstützt mich, wo er nur kann. Er gibt mir immer frei, sei es bei den Trainings oder bei allen Teamweekends. Mein Experte, Simon Huggy, ist ein super cooler Typ. Er unterstützt mich dadurch, dass er mir hilfreiche Tipps und Tricks gibt. Und es tut gut, dass er immer für uns da ist. Als Landschaftsgärtner treten wir in einem Zweierteam an. Mario und ich sind ein ziemlich cooles Team. Wir ergänzen uns eigentlich ziemlich gut. Und wenn einer das Tief hat, dann hält der andere wieder rauf und umgekehrt. Funktioniert recht gut. Meine Familie, plus auch meine Freundin, stehen immer hinter mir. Und sie helfen mir. Zum Beispiel beim Englischen, wo ich nicht so der Hirsch bin. Das ist sicher super. Kann ich es nochmal? Ich freue mich riesig auf Kazan. Es gibt eine einmalige Erfahrung, die man für das ganze Leben bleiben wird. Mein Ziel ist, dass ich meine absolute beste Leistung abrufen kann. Und dass ich am Schluss mit einem guten Gefühl, mit neuen Erfahrungen und mit meinem Teamkollegen mit einer Goldmedaille hingehen kann. Ich bin gespannt, wie das herauskommt. Ich bin Fabian Hodl. Ich bin Landschaftsgärtner. Ich komme aus Oberkölk in Luzern. Und nehme das Jahr teil an den WorldSkills in Kazan. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020